So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farming Simulator 19. Ich will endlich die Rundballen hier vom Hof wegbekommen und deshalb sind wir hier mit einem Schmetterling unterwegs. Vorsichtig. Wo ich die hinpacke, weiß ich noch nicht. Achso, erstmal. Senken. Heben. Zuklappen. Wie packe ich jetzt hier hin? Denk. Nächsten zwei. Ja, vorsichtig. Den haben wir. Zuhalb. Ah ja. Heben. Zuklappen. Zuhalb. Okay. Irgendwie. Irgendwie will der Traktor nicht richtig fahren. Kannst ja klappen. Ach, kommt. Traktorpack drum. Oh. Was? War das zur Hölle? Okay. Der Traktor ist echt schlecht gelaunt. Der Traktor ist echt schlecht gelaunt. Kaffee. das ist echt hart. Hooh. Zusammenklappen. Ok. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich mache nichts. Dann schieben wir die einfach. Dann schieben wir die so einfach hier rüber. Kann ja wohl nicht sein. Das kann ja noch dauern. Alles ohne anheben. Oh. Okay, vielleicht doch anheben. Okay. 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 Jetzt senken. Gabel das Ding auf. Heben. Ich will mir jetzt. Nicht noch so ein Manitou holen. Oder irgendeinen anderen Teleskoplader oder was es so gibt. Runter. Auflagen. So. Wurde aufgegabelt. Jetzt einfach. Mit zur Seite damit. Runter. Drei Fahrten noch. Drei Fahrten noch. Aaaaaahhh. Häahhh. So. Mal. Mal ein bisschen mit Gefühl. Scheiße. Doch, geht. Alles gut, alles gut. Runter. Aufgespießt. Vier noch. Okay. Chase James. So, jetzt langsam, langsam. So, jawohl, und den, komm, na, nicht drehen. Okay, der hängt noch, der hängt noch, der hängt noch, alles gut. Ei, 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 die letzten zwei. Oh, oh, oh. Oh, warum immer so rasant? Senken. Gott, das hat fast die ganze Folge gedauert hier. Gut, da können wir erstmal die beschissene Gabel auch abgeben. Ach, Gott. Quatsch, da war's nicht. Zurück. Garage. Zurückgeben, ja. Gut, da ist ein Feld. Müssen wir das pflügen? Ich schau mal kurz, was so ein Flug kostet. Pflüger. 13.000. 2 Meter Breite ist echt ein bisschen sehr wenig. 2,5 Meter. 6 Meter. Oh. 180 PS. Garage. 150. Okay, da. da 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 Flug 180 PS komm, dann nehmen wir den kleinen und so kleine Technik, das kaufen wir ok dann haben wir jetzt einen Flug hängen wir hier noch Gewicht dran oh 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 Gott so gib Gas Traktor haben wir einen hübschen kleinen Miniflug uns geleistet und demnächst müssen wir dann mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass wir mal noch ein Grundstück mehr bewirtschaften können kleinen Kredit aufnehmen ein paar günstige Felder ein, zwei ja gut wenn wir uns das leisten können mehrere Felder zu holen ich weiß ja jetzt noch nicht, wie hoch maximal unser Kreditrahmen ist so, Flug senken V Felder erstellen lassen Z was ist das auf Felder begrenzen okay so und dann helfe einstellen ah schau mal mal das sieht mal ja erst mal ganz vernünftig aus schau mal ganz kurz hier die 20 da müsste weizen sein und die 11 auch wo konnte man sehen wie reif das war ach genau hier Wachstum abgeerntet gepflügt erntereif okay dauert noch Unkraut gedüngt nix gedüngt muss gepflügt werden ach müsste gar nicht benötigt Kalk das ist ja blöd na gut müssen wir Kalk drauf machen statt fliegen das ist ja jetzt mal richtig scheiße ich beende erst mal die Folge tschüss und schau bis zum nächsten Mal bye-bye tschüss 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 tschüss